57 Seconds stammt aus dem Jahre 2023, hat eine Lauflänge von knapp 99 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. In dem Science-Fiction-Thriller sehen wir Josh Hutcherson als einen Blogger, der über sämtliche technische Entwicklungen hier informiert. Und so ist er eines Tages bei einer Konferenz, auf der der Tech-Guru gespielt von Morgan Freeman eine Rede, einen Vortrag hält. Doch dann passiert ein Attentat und Josh Hutcherson schafft es, dieses Attentat zu verhindern. Dabei fällt ihm ein Ring in die Hände, mit dem er 57 Sekunden in die Vergangenheit zurückreisen kann. Und er erkennt die Möglichkeit dahinter und versucht dann somit dem Pharmaunternehmen, dass er für den Tod seiner Schwester verantwortlich macht, hier das Handwerk zu legen. So mal kurz angeschnitten die Inhaltsangabe von 57 Seconds. Wie gesagt, Josh Hutcherson spielt hier die Hauptrolle. Also ihn persönlich mag ich ja ganz gerne, schon alleine von den Filmen vor ungefähr 10, 12 Jahren. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, damals noch mit Brandon Fraser oder die Reise zur geheimnisvollen Insel mit Dwayne The Rock Johnson. Aber natürlich auch in den Tribute von Panem-Filmen war er mit dabei. Ist eigentlich ein sehr sympathischer Schauspieler und macht seine Rolle hier recht solide. Morgan Freeman spielt den Tech-Guru, der macht das auch gewohnt gut. Den haben wir ja zuletzt erst in The Ritual Killer gesehen. Hier in 57 Seconds hat er etwas weniger Screentime, aber wann immer er da ist, macht er das, wie gesagt, gewohnt gut. Der Film ist ein Science-Fiction-Thriller, der sich mit aktuellen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel dem Fortschritt der Technik, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, welche ungeahnten Möglichkeiten daraus resultieren, aber auch welche Gefahren das Ganze mit sich bringt. Außerdem zeigt er deutlich, wie Pharmaunternehmen aus Profitgier hier sprichwörtlich über Leichen gehen, Leute belügen, was Nebenwirkungen angeht und wie sie ihre Macht ausüben, auch in der Politik. Und blickt man mal auf die letzten drei Jahre zurück, dann kann man hier doch einiges in dem Film wiedererkennen. Der entwickelt sich auch dann im Verlauf der Zeit so einer Art und täglich grüßt das Murmeltier, kann man sagen. Und da gibt es speziell eine Szene, wo Josh Hutcherson versucht, eben an einen Code zu kommen von einem Safe. Und da wird das Ganze immer so wiederholt abgespielt. Das war ganz witzig. Im Allgemeinen ist der Film mit einem Augenzwinkern zu sehen, auch wenn er so einen ernsteren Grundton hat. Was mir nicht gefallen hat, das war die Beziehung hier, diese Love Interest. Also das war zum einen so schlecht geschrieben, passte überhaupt nicht hier rein. Und die Schauspielerin konnte auch zu keinem Zeitpunkt überzeugen. Also das wirkte eher befremdlich. Das hat nicht gepasst. Natürlich gibt es hier, wie bei allen Zeitreisefilmen, einige Logiklöcher. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass man sagt, oh mein Gott. Ja, oder dass man die Hände vor dem Kopf zusammenschlägt. Das hat man schon wesentlich schlechter gesehen. Auch wenn es natürlich ein paar Szenen im Film gibt, wo man sagt, wo ist denn da die Polizei oder wo ist die Security. Dann wird das Ganze auch für meinen Geschmack zu oft ausgereizt, mit diesen 57 Sekunden in die Vergangenheit zurückzureisen. Also da gibt es ein paar Passagen, da denkt man sich, weniger wäre hier total mehr gewesen. Natürlich versucht Josh Hutcherson hier auch ein bisschen an Kohle zu kommen. In einem Casino fliegt dann natürlich auf und alles. Ja, das ist halt so typisch eben diese Zeitreisenfilmen. Aber wie gesagt, daran sollte man sich nicht großartig aufhängen. Insgesamt ist es ein solider Science-Fiction-Thriller. Das hat man schon besser, aber auch schlechter gesehen. Für einen kurzweiligen Zeitvertreib taugt er allemal. Mehr aber auch leider nicht. Ab dem 13. Oktober ist der Film dann verfügbar auf DVD, auf Blu-ray oder eben auch digital zum Ausleihen. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier so einen kleinen Einblick gewähren, was euch denn mit 57 Seconds erwartet. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde und Servus.